Eine breite Gasse hier in der Mitte, Ryder delegiert. Und die Gasse muss sehr breit sein, denn ich bin eine verdammt keine Wall of Folk. Wer von euch kennt die Wall of Folk? Wenn ihr es nicht kennt, sie ist der Wall of Death. Das Zeichn immer ist 1, 2, 3, 4, 5. Dann sage ich ein Hey. Dann will ich nicht, dass ihr euch in die Fresse springt. Sondern ist einfach nur mit voller Power und absolutem Milan die Seitenteich. Das heißt bei 1, 2, 3, 4, 5. Hey, rennt ihr da rüber und ihr denkt doch da, seid ihr dabei. Es wird viel zu leise, seid ihr dabei. Dann soll es mir 1, 2, 3, 4, 5. Hey. Na ja, war doch gar nicht mal so schlecht. Okay, das können wir immer so stehen lassen. Bitte nach jeder Wall of Folk, denn sie kommt im Eberfrag wieder diese breite Gasse bilden. Sonst finde ich das scheiße. Okay, was soll ich nach sein? Das Stück beginnt nun mit Albi. Und zwar jetzt in eurer Mitte. Schlagt dir dein Weg nach unten, die Lok. Ist das dunkel hier? Fizzer wie Bernasch. Macht nichts für die Mitte. Sleiher-Fans müssen einfach immer bängeln. Und jetzt werden sie auch noch weggeschubst und schimpfen nicht mal zurück. Das hat mir aber anders von Slayer-Fans vorgestellt. Der andere, was auch immer, Flash Gordon-Shirt legt sich das jetzt rüber. Hey Albi, was geht denn ab? Ich dachte, ich warte ein bisschen, kann ich sagen? Achso, Slayer kann ich ja auch. Und weiter, und weiter. Ich hab hier eine Akustik-Gitarre, die fällt zum Staub, sobald ich weiter spiele. Aber Patrick, du bist ja außerordentlich begabt. Ich weiß, und da wäre ich von Kerry King mit seinem Bader stochen. Glaube ich nicht. Doch, ich glaube, der Slayer-Fans soll sich jetzt ausziehen. Ich glaube, wenn du noch ein paar Takte spielst, dann ziehen sich alle Slayer-Fans aus. Pass mal auf, das passiert. Alle Iron Man-Fans? Wir sind ja Vindern, das gut ist ja okay. Patrick, du bringst uns gerade um unsere Daseinsberechtigung. All the dogs have gone the rocky road to Dublin. What to play for fun? What the hell? Turn her down the rocky road and all the way to Dublin. A work full of the young. Bitte Freunde, deck wieder die polite Klasse. Bitte nix und one auf 4. Bitte mel in die Klasse. Ja, du bist so. And man and girl at night rest of me is still here is started by the lightning spawned by the valley took my double computer deep behind from singing the ass the panties girl and every time we're beginning to see the lass is climbing down to all the water and the cure is how it's at your heart of all but they ask about what's high wages are required but I was almost tired up the rocky road to Dublin. What to play for fun? I'm here! Turn her down the road and all the way to Dublin I went for you. Yeah Turn her The left hand You're theDamn 連 and Eske Jesse Will you do belong to the You're the Name Walden Henry Match And Zanja Beh Was? 1 to 3 for 5 And down the roughy road And all the way to London House The lovely other boys 1 to 3 for 5 And down the roughy road And all the way to London House The lovely other boys Okay, Frauke, ich grüße Sie hier Blum, mein lieber André In die Windkomme, in deinem Case Und immer irgendwo sind wir Wo kommt er? Ich glaube, der André müsste in eurer Mitte auftauchen Ist das abgesprochen? Nein, aber ich sah ihn mit dem halben Mikrofonständer Der ist auftaucht, ich komme mal kurz zu euch runter Man sieht dich kaum Ja Also mein Tor war fest und so Okay, guten Dank Als Belohnung Dass ich folgendermaßen gespielt hab Wenn ich, dass er ein Circlefit hier um mich rummacht Also macht er einen Kreis und Reihe Mach ein Circlefit Und er kommt mich rum Ja 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 Na Ja 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 Die Musik Musik Ja, Mann. Guck, hat den Klammer da? Ist ganz, ist ganz, ganz.